dancing with demons willkommen liebe freunde kaiser echsen juden tach der frühe mungo killt den wurm mungo anwalt außendienst mitarbeiter sind drei chiefs alle drei sind gleichgestellt und der edel der eine mango für den mungo hält edom edom die westliche welt stammvater esau in den augen der juden ein übel sie wollen dass edom fällt edom europa aber auch amerika es gibt drei staaten auf der welt deren oberhäupter jüdischer herkunft sind panama laurenzio cortizo ukraine volodymyr selensky israel benjamin netanyahu in edom sind es demnach nur zwei staaten deren oberhäupter jüdischer herkunft sind gabriel atal der neue premier minister frankreichs ist ebenfalls jüdischer herkunft er ist seit dem 9.1.24 der premier minister frankreichs aber macron steht noch über ihm also sind es zwei staaten und tragischerweise ungerechterweise wurden genau diese beiden staaten unrechtmäßig angegriffen die ukraine am 24 februar 2022 und israel am 7 10 2023 die ukraine wurde von der christlich orthodoxen kirche angegriffen und israel durch den islam frankreich brecht vor heißt es am 21 juni 2024 in der ukraine entstand der hasidismus welcher tatsächlich etwas mit hass zu tun hat erdacht wurde er von in baal shem tov in der nähe von satanov in podolien auch zionistisches gedankengut entsprang dieser region hassiden sind ultra orthodoxe juden die größte gemeinde ist die der lubavitscher putin als auch trump ersuchen gerne den rat lubavitscher rabbi's hassiden sind rassisten die sich für das auserwählte volk gottes halten des gottes des alten testaments alle anderen menschen sind für sie von minderer qualität nicht menschen unter menschen wertlos israel tauschte 1000 hammers gegen einen israeli da jüdisches leben unendlich viel mehr wert ist war es für sie ein guter tausch direkt beteiligte atommächte sind usa russland israel frankreich die restlichen atommächte sind china das vereinigte königreich indien pakistan und nordkorea das christentum ist edom und es soll fallen zu kalk verbrannt werden wenn ihr messias kommt sind alle nicht juden sklaven der israeliten der kanal freiheit business und pura vida zeigt aktuelle aufnahmen aus odessa es gelang ihm diese stadt zu betreten und dort gibt es keinen krieg doch wenn es nach ihnen geht bei uns bald wie ich dir schon seit langem versuche zu erklären zwei kurze szenen aus seinem beitrag zeige ich dir hier den ganzen beitrag verlinke ich in der video beschreibung dort gibt es keinen krieg dort ist es sehr schön sauber und prunkvoll wo sind die zerstörten gebäude wo sind weinende menschen rauchschwaden am horizont besuche ewiger mungocraft für außerordentliche immererdische kleinode der großartigen die 32 einzigen und schau auch bei naturkraftwerk vorbei der shop des elektropriesters dort gibt es aktuell zu jeder bestellung sehr gute eigenpfunde des ewigen mungo mineralien deutsche mineralien dancing with demons ich bin für die natur und gegen dämonen mach es gut